Die Welt besteht aus tausenden kleinen Teilen. Ich spüre Gesundheit. Ich höre Kommunikation. Ich schmecke Genuss. Ich rieche Frische. Ich fühle Wasser. Ich sehe Licht. Von Rintel nach China, über die USA und Korea bis nach Indien. Die Produktions- und Vertriebsstandorte von Stügen sind weltweit aufgestellt. Von der Forschung und Entwicklung, über die Konstruktion, den Werkzeugbau bis zur Montage und Qualitätssicherung. Stücken zertifizierter Weltmarktführer für Tiefziehteile, Stanzteile und Stanzbiegeteile von maximaler Präzision und höchster Qualität. Saubere Oberflächen, glatte Konturen und hoher Verschleißschutz. In umfassenden Sekundärverfahren werden die Stügenteile gereinigt, aufbereitet und veredelt. Der Kunde kann sie direkt in seiner Produktion verarbeiten. Fachkenntnis, Erfahrung und Engagement kreieren so ein Produkt erster Klasse. Seit der Gründung 1931 durch Hubert Stügen wird seit über 80 Jahren in Rinteln und weiteren Standorten weltweit produziert. Monatlich werden über 2 Milliarden Teile an Kunden in aller Welt geliefert. Die Produktionspalette ist breit gefächert. Das Sortiment umfasst heute über 2000 verschiedene Produkte. Stücken ist in den Bereichen wie der Elektro-, Konsumgüter- und der Automobilindustrie sowie der Medizintechnik für verschiedene Weltmarken tätig. Stücken Leistungsfähiger, sparsamer, sicherer. Überall. Die Bauteile von Stücken arbeiten zuverlässig im Verborgenen. Mit über 40 Teilen in jedem Auto ist Stücken Ihr kompetenter Partner. Nicht nur in der Automobilbranche.